Nullo ist der OP, sie kann sich mit der ULT einfach alles machen, sie legt Barrel One Hits. Das auch zum Beispiel. Und macht einfach wenn sie einen Penta. Egal wo wer steht, auch im Spawn. Und sie töte Tote nochmal. Loi, geil. Double Kill dann immer, ne? Ja. Mit einer einzigen gleiche Penta Kill. Oh mein Gott. Sie belebt die Gegner wieder, sitzt in der Abilität und sie ist tot. Auf jeden. Das ist die ganze Zeit. Du hast mir eigentlich nirgends mal gezeigt. Was? Jetzt... Oh, ich muss mal ein Mitteln einstellen. Äh. Ergezeigt. Und was ist mit Li und GB? GP! Steht auch nirgends wo was von. Trash... 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 Der hat Wasseranimation, ne? What? Trash hat Wasseranimation, jetzt. Ach lol, ich hab den's gar nicht gesehen. Sag dich der in der Mitte. Der in der Mitte ist Lulu. Der in der Mitte unter Evelyn. Ach so, das ist wohl die. Mit Smite. Wir haben ne Sevilla, ne? Die müsste gegen Asha eigentlich relativ gute Chancen haben. Ja, beide sind jetzt... Wir werden jetzt nicht so oft gespielt eigentlich. Na, ich spiel das Sevilla eigentlich relativ gerne. Echt? Ich spiel zur Zeit sowieso nur Varus. Mir ist aufgefallen, ich muss mal wieder Lucien spielen. Giga, ich glaub. Mir ist aufgefallen, du musst mal wieder Lucien spielen, Tom. Ja. Genau wie Dwaven. Und Corki. Spielen. Ich spiel einfach jetzt jeden in diesen eigenen Spielen. Gleichzeitig. Und wenn nicht viele, dann sag ich auf jeden Fall, die counten mich. Alter, wir sind in der Bambusleitung. Oh, äh, Sevilla und Wuli wird bei mir noch nicht mal angezeigt. Wuli hat bei mir 14%. Dis-co-nekt. Keine Digne-Vision-Jungleer. Ja, da. Wurde aber die jetzt angezeigt, zum Ende? Echt? Scheiße. Was ist das? So ein Schwachkopf, ne? Verkauft. Oh, Mann! Geht auf den Button zurück da unten. Nein, ich hab die Zicks ruhen, äh, äh, nicht ruhen. Wär noch schöner. War in der Story drin. Ach so. Ja, das ist schon kacke, ne? Ja, weil ich die gerade noch eine Zicks, ähm, weiter erstellt hab. Will Evelyn jetzt die hoch holen, oder nicht? Ja, bis jetzt noch... Ne, ging es wohl gepenkt, äh, gepenkt... Ne, geht runter. Geht runter? Vermute ich. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versammlung. Ja, ha, ha, ha! Ich hab sogar Kameras zu wissen, ne? Das ist ja so episch. Das ist ja so episch. Das ist ja so episch. Du kannst dich jetzt mal entscheiden, wo du dich hinstellen willst. Folter wird die alte. Muuuuh, hau... ...und der Judel, fall rum... ...ist jetzt nur gegangen, weil Braun alleine davon ziemlich lange beim Einkaufen gebraucht hat... Ach ja... ...versöhte Leute gibt es... Wir mich... ...und so, ich geh' haben... Ich bin doch keine Landstraße... Das Flea hat uns erst mal hier unten gemobbt. Hat lieb... Das lieb... weiter unten. Ja, weiter unten bei uns. Wieso? Oh ja, hier sind wir angenehm. Alter, nein. Wolltest du jetzt aufnehmen eigentlich? Ich nehm gerade auf. Ich hab den Bug. Das ist okay. Nur das, alter. Es kriecht richtig bei dir, hab ich das Gefühl. Nee, ähm... Das ist jetzt nicht der Bug, wenn sie mit Vierecken schießen, wenn sie getroffen werden, haben sie mit Vierecken. Das ist auch richtig geil. Angenehm, dass er jetzt schon unten Tower farmen kann eigentlich. Wer, du? Ja. Richtig angenehm. Ich wäre super geil. Wenn wir dazu auch sagen. Vierecken. Ja. Ich sollte mal wohnen, ne? Oh, du mich auch. Du mich auch, Min. Du, Mungo. Mungo. Nee, please. Oh, schade, ich hatte Tower schießen. Ich hätte Tower schießen. Ich hätte Tower schießt. Oh, Lee kann die Fresse. Oh. Wie Aktion ist es bei dir? Hey. Hast du da zu? Ja. Ich hab mal die Zeit. Das ist halt eingebildet. Ja, wenn die Min. 11 grad bei dir haben... ...Double-Cay sogar. Vermute ich eigentlich. Brau nicht. Brau ist noch weggekommen. Brau kommt immer weg, Alter. Das ist in der Regel vom Braum. In der Regel vom Braum kommt er weg. In der Regel. In der Regel. Lulu hat schon keine Mane mehr. Ja, Lulu. Ja. Ja, als Mitte ist sie sehr, sehr Mane abhängig. Bäm. Auto-Hit. Bäm. Ulti-Ulti-Hop mache ich die eigentlich fertig. Also wenn die Low-Mane hat. Wenn ich Statics habe, mache ich die fertig. Da wurde aber halt noch. Ich hab aber schon entschieden. So dumm. Ihr werdet doch alle! An sich hier! Tuch! 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 Ich bin doch eine Landbrasse! Ein Gegner wurde gekült. Tuch! 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 Läuft richtig bei der Mitte. Bei der Mitte? Minecraft? Wieso, Alter! Läuft bei dir, ne? Ja, Minecraft macht dumm. Wenn man es über zwei Stunden lang spielt. Was wir so ungefähr gemacht haben. Und die es erreicht haben. Ja, doch, du hast... Dings. Wie hieß du? Lol. Dein Gang? Hä? Was ist passiert? Der ist einfach Tower gedived auf Level 3. Richtig geil. Warum? Warum? Warum macht sie sowas? Ich bin nicht, Braum. Äh, Minecraft. Äh. Wenn Nunu in Lowlife wegkommt, sag bitte Bescheid und bring da an die Stelle, ne? Ja, stimmt. Ja, wäre bei mir gerade so gewesen, beinahe. Ja, jetzt habe ich jetzt meine Ulti nicht gegeben. Ich gehe ein bisschen zurück. Läuft unten auf der Lane. Bei mir läuft es aber auch gerade nicht so toll. Könnt ihr gleich mal hochkommen, wenn ich Zeit habe? Ich habe kein Marmer. Ich soll irgendwann mal zurückgehen. Ja, ich habe zwar TP. Oh, ja, so ist es geil. Ja, du hast doch TP als Safe, alter. Ich gehe erst back, wenn er back geht. Weil er keine Mana hat, dauert es ein bisschen. Du willst, wie ich Tower-Light bekomme, er? Hä? So dumm. What the fuck? Nur zur Erklärung, dass er Tom gerade nicht selbst, aber... Oh. Ich habe zwar noch nie so richtig gesehen. Was denn? Dass er Jungler mit dem Flug gibt. Mit Stop-Laner. Ich wollte auch nicht... Haha. Good job. Ich wollte mich... Ich wollte mich gar backpornen, da sitzt sie auch noch und dann. Alter, wir haben wieder mal das Super-Bot-Lane-Team, ne? Attack, please. Ich wollte mich gerade mal so kuschelt, alter. Ich wollte mich gerade mal so kuschelt, alter. Ich habe keine Fan-Lane, da ist so è". Oh Gott. Jetzt musst du einfach nur noch irgendwie deine ganzen 6 Minuten aufzählen, äh, machst du irgendwie auch... Ja, einfach machst du irgendwie, ich hab wieder Runen gesagt, ne? Ja. Hast du gesagt was? LOL. Er tritt. Ich bin extra noch zu dir hin gefiltert. Ist egal. Ja, sorry. Oh, der tritt war... Er war nice. Kannst du nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Okay, alright. Das wird respawnt. Wie bitte? Das wird respawnt. Ja, ja. Dann helfe ich dir mal jetzt. Ja, wir musst nur ganz kurz warten. Ah, der... der Blue sogar. Hat die gewordet, die Olle? Ja. Ich glaube bestimmt, wenn du drauf gehst. Ich geh drauf. Was ist dein Problem einfach nicht? Was ist dein Problem einfach nicht? Ich fahre mal wie. So. Ja. Ich hab den Eichhantin oder so verwandelt. Eichhantin, die sind geil, Alter. Ist dir richtig sexuell erregend, ne? Ja. Ja, mit denen ich dann gar nichts. Alter, Li! Hör auf, mit deiner Queue zu spammen! Mach ich das mit meiner? Nein! Fick dich! Was braucht man die Queue? Was ist denn da? Der Tier amat! Was ist da los? Ähm, machst du so als Li? Ja, meine ja bloß, meine ja bloß. Der Tier amat! Der Tier amat! Der Tier amat! Alter, die Bordlane, ne? Cool. 1-4 und nochmal 1-4 und die schreiben sich gegenseitig Good Job. Ja, bei manchen Leuten ist das halt ein bisschen seltener, ne? Dass sie immer einen Kill machen, ne? Ja. Ich fähre lieber auf der perfekten Tower. Ich hab Schatz jetzt noch gar nicht verdammt. Und da kommt ihm jetzt mich doch Q'n. Das war keine Aufforderung. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Lieber, runter zu dir! Er ist, okay! Das wenigstens gerade lang hören wir mal. Wow, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wir machen. Ist doch so. Ich bin ja auch gerade hier oben nicht besser, also ich bitte dich. Ja, du bist doch nicht viermal gestorben. Ich habe auch noch die Kills, Alter. Du bist auch nicht viermal gestorben. Wenn Lulu... Nein, Lulu wird Kills kriegen. Zulu wird Kills kriegen. Sicher? Sicher, sicher. Soll ich Wunderküste? Doch nicht. Ne, ne. Na, ich war mir sicher. Ich mag keinen Schaden. Gleich geht's mit dir unter dem Tower-Farm. Positiv klingst du. Na, komm, fäng dich. Jo, ich auch. War schon wieder gelungert? Ähm, Leaseback. Der müsste bei den Welfern oder bei den Geistern sein. Jetzt lagts auch noch. Ist das so überraschend? Was ist denn da unten los? So, Tom, ich komme jetzt, ne? Erstmal sind wir nicht bei seinem Turm. So, ich wäre die eine Bombe früher eingeschlagen, ne? Ja, aber echt? Das habe ich mir auch gerade so überlegt. So, jetzt Tiamat. Ich kann mir nichts mehr hin. Ich wollte ja gerade nur rausflaschen, aber seitdem bin ich mir nicht mehr bekloppt. Der Boli ist richtig schlecht, ne? Ich weiß es nicht. Ach, der muss gerade mitlein babysitten. Der ist Level 8. Der ist Level 8 und das kommt noch hinzu. So, ich konnte, kommt zu dir mal kurz fixen. Äh, ja, könntest du machen. Ja, muss. TP habe ich. Ich habe es ja vorher schon ein paar Mal gepinkt, oder? Ja, Level 9 ist greedy, ne? Lass taubere machen, Digga. Guck mal, dass es liegt. Oh. Oh, oh, da ist auch noch Trash. Alter, ne? Was? Ich hatte, ich hatte gerade auf Lulu, ne? Einfach meine Ulti und Dignei drauf. Oh nein, das reicht nicht. Ich! Ich hatte die Idee mit drauf. Äh, ich habe keine, äh, Dingergrad. Qualities. Kannst du mal aufhören, alter. Das ist jetzt aber Ulti auf mich und ich glaube es nicht. Asche, 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 Asche. Hast du ein Wort? Ja, ja. Setz mal einen in die Nähe des Kampffeldes gerade rein. Jetzt päh ich mich gleich wieder bei. Ähm, wie? Ja, okay. Wo hast du ihn gesetzt? Ähm, über Lee Sin God. Jetzt mal backporten. Jetzt musst du auch langsam schauen. Ja, jetzt weiß ich. Ja, ich habe ihn gesetzt. Alter Die Arschulti gerade in der So Meine Fressen Jetzt muss nur Alifig sterben Hat er viel Energie? Weiß ich nicht Geh durch den Jungle noch Den kriegst Geh durch den Jungle noch Geh durch den Jungle noch Geh durch den Jungle noch So, wo, Alter? Hier werden wir gut Geh nach ihnen Das war natürlich Unglücklich So, das war für die Zuhörer Ich bin zuerst nicht Okay, muss ich auch nicht Kannst du sehen, wieviel Energie Lunu gerade hat? Ich seh das von ihnen nicht Ja Nicht schwer Steht auch da? Wer dich denn jetzt? Oder will sie den Namen? Ich geh zu Li hoch Oh, mit dem Ignite? Ja, nice. Das ist wie beim GB doch noch gehen zum Schluss. Okay. 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 ihr seid ihr da jetzt lieber wecken was macht die ich wollte mich hat ich bin ich brauche Meckred. Das geht so nicht. Ich hab nur 20%. Grüßt du? Ja. Kann noch Trash. Meine Ulti weiß ich aber auch nicht. Und die Ulti. Kann man auch noch von Lulu. Oh, Woli kommt von der Seite. Ja, da kriegen alle Angst. Ja, trotzdem. Na klar. Warte, ich komm mit. Ach okay, Woli ist von unten durch den Jungle gekommen. Nein. Ich bin voll drin. Ich bin zu langsam. Ja, lass doch lieber. Ja, lass doch lieber. Kann ja auch nicht lassen. Geh weg. Ja, wegen dem. Was macht sie hier? Hier ist ein Ninja, Alter. Dieser Lee ist ein bisschen heavy, ne? Ne, noch ein Büschel. Ja. Hab ich eigentlich schon mehr 10 Assists. Ich glaub nur. Ich hab ja bloß grad überlegt. Ich hab ja bloß grad überlegt. Ich hab ja bloß grad überlegt. Ich hab ja bloß grad überlegt, wieso die Sylvie hier nochmal angegriffen hat. Also, oh no, am Tower, der hat ja getower-divet. Er ist halt schon... ... dabei, ne? Und Evelyn läuft fast hier Woli weg, okay? Von ihm steckst im ganzen Team. Ich hab den nicht gefehlt, das kannst du mir nicht erzählen. Der hat mich einmal getötet. Noch einmal hat er dich doch getötet. Ja, einmal hat er mich getötet, mir nicht. Dich und einmal Evelyn. Für Evelyn konnte ich nichts. Diese O, ich hab ihn nicht. Yo. Wow, wow. Oh, diese Dome. Ich hab mir einfach nichts. War das denn ne Ulti gerade? Ja. Für CP. Okay. Ich tippe mich jetzt genau zu diesem Ort. Wieso kriege ich... Wenn ihr redt. Kann ich ihr heil von neuen Stieren? Nein. Also Asche lege ich Two hinten bei der Queue. Bei der Queue, schließend. Oh. Das ist der einzige, von dem ich Angst habe. Ja. Also klar. Das war doppelt so klar. Yes. Was war? Ja. Wir haben die gerade fünf Tote. Ich habe nicht nur einen gekriegt. Läuft, ne? Ohne Spaß. Weil, ey, jetzt will ich schon ein paar Kills haben, ne? Echt jetzt? Was für welche Welt kommst du denn, Alter? Der Z braucht auch null Kills. Braucht er ja, was ist wie Master Yi? Ja, ist so. Voll gut. Ich habe blöd. Blö, 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 blö. Blö, blö. And all I'm see is blow. I'm blow, I'm... Ah, LOL! Was? Wieviel Schaden ich dem Vieh was gemacht habe! Kämpft eigentlich nicht! Ah, ich bin blöd! Ja, also deswegen... Alter, der Fall war wieder gut! Ja! Steht der Tower noch? Ich habe keine Q! Ihr Tohlen! Ich komme hoch zu dir! Ich weiß! Was hier noch so geht, weißt du? Weil der da noch unten im Gebüsch ist! Nee, lieber was hier noch unten bei mir! Der ist! Ich sehe sie aber gerade nicht mehr, das ist es nämlich! So, die stehen alle im Gebüsch! In denen hier oben, ne? Bei mir! Ja! Außer Trash! Mein Dragon! Mein Dragon! Sicher! Ja! 100 pro! Ich habe den hier gerade gesehen! Sogar 10 Triaden! Aber der ist jetzt wahrscheinlich schon fertig! Aber der ist ja schlecht! Pass auf! Die sind da um! Ja! Der Lee Sinner ist weg! Der Lee Sinner ist weg mit Lulu! Ich wollte gerade angucken! Wenn wir jetzt nicht mehr, dann sehtâm! Der Lee Sinner ist weg mit Lulu! Die von Lulululi! Wolfsburg! Dost, was ist das? Du bist da? Der ein flaming端! alter das ist mir jetzt ganz egal gewesen ganz in den bomben einfach darauf fließt wir sind doch lieber rennen nicht wegporten die sind wahrscheinlich nicht freiwillig eingegangen aber trotzdem aber den brauch der hilfe manche pinks im raum sind irgendwie unnötig manche zum beispiel der bei mir oben war relativ komisch bei der gerade so richtige k-punkte sind das weißt du was du nicht k meinte den namen kann ich jetzt hier nicht sagen achso achso gut ich weiß was du meinst so ich hab was für krieg hab ich denn jetzt 45 wenn ich den krieg vom 45 der macht mich ganz doll stark dann spiel ich einfach nur support set wie viel ist das hast du denn oh 15 was ist mit dir los ja ich mein ich hab 12 aber der verbraucht kills ne ist so ne wie schlimm ist das ich sehe top lanter carriers hier schon wieder obwohl ich grad richtig grottig bin er wird der killsteed hier oh schade hat nicht geklappt und die sehen wir auch ordentlich die ist auch gut dabei die hat das ganze alleine gemacht aber ist egal die ist auch gut dabei alter killsteeds sind die kills die ich nicht bekomme richtig richtig so definieren das manche ey hätte ich einen killsteed bekommen hätte ich den kill vielleicht hätte jetzt hätte ich einen killsteed bekommen hätte ich den kill oh nimm ich dir doch mal die beste jetzt ja ja vielleicht war mir der dann wir die 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 bu Obwohl ich überhaupt nicht tanky bin. So, liebe Leute. Der Schaden mit der Q gerade. Das ist doch schöner Schaden mit der Q. Ich wollte ja gerade noch bis tanky gehen, aber nein, ich darf ihn ja nicht. So, liebe Leute.